Sooo, es geht weiter. Ich steh kurz vor dem Job 35, jetzt müssen wir noch den Kenko-Schwert kämpfen. Warte hin. Ah ja, da ist er. Warten. Hast du. Alter. Wie schnell du das bekommst? Gut. Also dann. Ich habe es geschafft. Was? Was ist das? Ich fühle einige rätselhafte Mächte von dort kommen. Vielleicht weiß Melk kommt etwas darüber. So. Moment. Halt, 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 halt. Trommelwirbel bitte. Warte noch nicht, ich habe noch einen schlechten Effekt. Oh Gott, das ist so blöd. Wie, lass mal mit Wasser für anstecken. Ja, das sowieso. Das habe ich dann auch vorgehabt. Moment, Moment. Ich bin hier angeschnallt. Trommelwirbel bitte. Ja. Er ist back. Der Linie. Ich muss jetzt erstmal die Statistiken anstellen. Die waren nämlich ganz anders. Was? Ähm, das war, ja. Oder was war das da? Okay, tauschen. Das hatte ich woanders. Der Rest müsste so stimmen. Gut, dann gehen wir jetzt erstmal zu Melko oder so. Nein. Ach so, ja. Wir haben eine Wetter am Laufen. Mal gucken, ob ich es schaffe. Ja. Das schafft er eh nicht. Ha. Denkst du. Ohne Poppen. Ohne Poppen. Ohne Poppen. Ey. Fahrt aus. Ja, mach ich so. Da unten ist es ja. Es lebt sogar noch. Das wird ja witzig. Aber die Mantra ist weg. Ja. Gute Idee. Okay. Hier haben wir jetzt. Aber erst wollen welche sterben. Oh. Seid ihr schlecht, Leute. Können wir jetzt auch sterben? Erst mal meine Macht demonstrieren, ne? Was ist denn los? Was ist denn los? Wumms. Kampf. Und erst auf meine Techniken warten. Ah. Schön wieder Linie zu spielen. Kampf. Ja, ich kämpfe ja gleich. Die Techniken kommen werden. Komm. Jetzt los. Ja, ist ja gut. Also dann. Also dann. Wollen wir mal loslegen. Let's go. Oh Gott. So. Das hat mir ja gar nichts. Wie war das jetzt heute nicht schaffen? Das hat mir ja gar nichts. Oh. Ich hab meine Special gar nicht drin. Seh ich grad. Nimm das, du. Träste wieder viel. Bäm. Bäm. Yeah. Dankeschön. Aber das darf ich einsetzen. Was? Das da. Das ist eine Technik. Ja. Gib dich, du Drecksweg. Ja. 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 Komm schon. Ja. Komm schon mit, Drecksavi. Ja. Nein. Ha. Nimm das. Du hast keine Chance gegen mich. Dankeschön. Autsch. Autsch. So, das können wir ja mal Arena. Können wir machen. Mitten im Let's Play. Na gut, das wollen die, das wollen die Schuhschwerer. So, wir müssen ja schon Arena kämpfen. Fick dich. Dreckig. Drecksvieh. Ho. Hu. Uh, Drecksvieh. Ich bin voll auf die Nerven. Alter. Ich sterbe. Nein. Niemals. Oh, die Fresse. Ha. Oh, nicht mein Freund. Ah. Ja. Das ist doch nicht geschaut. Oh, ein Pott. Komm schon. Als ob das jetzt so viel ausmacht. Ah ja. Das gegen den anderen eben viel wird mir gebraucht. Ach ja. Sehr schön. Ich bin glücklich. Wollen wir erst zu Malcolm gehen? Ja. Ja. Okay. Kann ich mir eh gleich mal Sachen kaufen. Kann ich mir eh gleich mal Sachen kaufen wie du. Das ist doch. Könnte es sein. Weißt du was das ist? Na komm, ich rede mit dir. Ah, Entschuldigung, ich weiß es nicht, aber es scheint nicht kostbar zu sein. Wirklich? Hm. Jetzt aber. Okay. Ab in die Arena. Du musst dich erst mal erzählen lassen. Hä? Du musst dich erst mal erzählen lassen. Du musst dich erst mal erzählen lassen. Wieso? Bei dem Befrag nicht. Das geht nicht. Oh, 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 oh. Okay, dann mach es. Los, tötte mich. Au. 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 Das ist aber keine Wasserresiduation, oder? Nein. Gut für dich. Ganz klar. Immer noch. Was soll der Scheiß? Gibt's mir halt Moral? Tut mir leid. Ich weiß nicht, wie du das machst. Haha. Naja, du wichser. Ah. Hey. 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 Au. Was soll das? Ich kam nicht mal zum Angriff. Mit Moral geht es ja auch nicht. Fick dich, Alter. Fick dich, ohne Scheiß. Das ist mein... Jetzt gibt's aber jetzt was. Einfach was los. Fick dich. Fick dich, Alter. Oh. Fick dich, Alter. Oh. Wieso zockst du so viel? Du hast wasser, das ist hier drin, oder? Nein. Hallo, das kann doch gar nicht sein. Zeig nochmal dein Krieger. Was ist an dem jetzt so anders? Zeig mal her. Ist da eigentlich Kommunikation, die ich nicht höre? Ist da Verteidigung? Nö. nochmal. Nochmal. Arschlo. Okay. Jetzt. Ich wollte nicht auf ihr sitzen. Trotzdem. Das gibt keinen Sinn. Ich mach mich fertig. Ist das für eine? Keine Ahnung. Gum-Gum. Ne, Gum-Gum. Ne, Gum-Gum. Ja, ich verstehe auch nicht. Wieso du so viel Schaden machst? Guck mal, ich treffe dich nicht mal. Hä? Das macht keinen Sinn. Boah. Ich hasse Krieger. бо. Bis letztem Mal. Moment. Ich brauche ich nicht mal. Hey, warte. Ich brauche eigentlich mein Baff. Ja, du hast mir nicht wirklich viel. Ich brauche mir was. Okay, komm her. Nein, nein 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 nein. das gibt es gar nicht das ist seltsam das hat mich nichts mit dem Lust zu tun du Arsch Moment du hast ein Blackout oder? Ja und du hast mich auch mit Blackouts Du machst halt keine Blackouts Natürlich mache ich Blackouts mit der Technik hier 40% Ja und? Ich habe außerdem kein Grad Trimmel Wie viel machst du mit deinem Dings? Wie viel Prozent mit deiner Schulterbruchding? 80 Na guck das ist ein Unterschied Na egal Jetzt mach ich mal schauen, mach mal normal So Du machst doch schon Ja ich mach auch schon Ich treffe dich nur nie die Fürsicht Ich will keine Moral der drin ist wahrscheinlich Ja Und das ist ja Ja jetzt wieder Nein Feuer auf Da ebeno Ich schlage mich zu können Naja das kann ich voll knicken Also weil du ein Blackout triffst hab ich keine Chance mehr Fuck you alter ist ganz blicken das ist nicht im sinne alter überhaupt nicht das ist nett das ist nett ja deswegen hast du mir einen Schuss gemacht doch natürlich ich mach dich irgendwann fertig du Arschloch ich irgendwann wir sind 20 Jahre als Maul ne aber das ergibt echt keinen Sinn du sagst das er kürt macht's aus ne sieht man ja dann ist ja was mit mir einfach schlecht als Maul nur mit deiner Moral da ey deine Moral wirst du nützt ob ne und ob ne ob ohne deine Moral wärst du ein Scheiß wert und das macht nämlich den Krieger aus mehr ist es auch nicht ja das hat ein normaler Spiel ja und das ist und egal was uns jetzt machen sammeln schwarze schwarze Tafel so ob so echt so so aber doch mit ihm und Schwarz Kürzburg so es ist ein Volk wir sind gar nicht zielen in Deutschland du bist du und ab ab Prozent 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 in welchen Viechern eigentlich im Kinko Speer kämpfen Speer 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 Schwert Sohn Ich bin ganz falsch hier und ich auch nicht Gott und 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 schlechten Tag und schlussendlich und schlechten Tag und schlussendlich und schlussendlich und wollen und schlussendlich und 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 so auf die Eier und die Eier auf die Eier hat sich da zwei Koffer ja, guck mich ah, ich hab's glaube ich äh diese schwarze Tafel sie wird für die Kommunikation mit den Dämonen gebraucht die die unter der Wirtschaft der Wieschauer mit Schmich Scheiße das war ein Wieschauer Ernsthaft ich hab kein Ding mehr, ich begleite uns zu kaufen Wieschauer, Besserit, Lassen gibst du mir was dann was dann was dann so oft um es ist so gut und so jetzt so schütt mann es ist so gut wenn du sind ja das hat gelesen und ich bin oder schulden sich zu und zwei holz stoffen und ja eigentlich nicht gesungen das ist irgendwas bestimmtes ich weiß nicht aber anmacht ist so was das ist es steht gelegte in ihnen ist ein sein Verwollstattung über das Halsband des Höllenhundes und die Tür wird sich öffnen also was meinst du da war ein komisches Gefühl da wozu ist das wer Klenko komischer Name kennst du ihn entschuldigung aber weißt du wo ich das Halsband des Höllenhundes finden kann das Halsband des Höllenhundes natürlich der Höllenhund hat es doch also muss ich also muss ich wo lebt der Höllenhund das kommt mit Zeug schlägt das wird ein TS ja ja das wird ein TS ja da 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 jetzt kommt noch mehr davon schon leveln, 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 leveln wo bist du? da ach gut, 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 gut also leveln oder nicht leveln ja, ups, am schöner gut, dann passieren wir und wir beenden schon das letzte Play ja, wir machen das nächstes mal, wir hatten gerade so einen Spaß weil ich als Benin der Plus 13 hab und er natürlich unverspielen muss ist es natürlich so, dass er ich halt die ganze Zeit verkackt, wie man sagt, das hat Spaß bis zum nächsten mal, tschau tschau